Und damit herzlich willkommen zurück im vierten Part von Let's Play GTA 5. Ja, ich hab ein bisschen gegoogelt. Wir werden auch, das gehört sich zwar nicht hin, so für die 100%, wir werden auch, ich werde einen Sonnabart machen mit mysteriösen Sachen. Zum Beispiel der Hai, den gibt es ja. Der ist eigentlich auch mysteriös. Ich werde Easter Eggs forschen. Ich hab gegoogelt, dass es ein Geistermädchen gibt. Das werden wir auch mal bald machen, sobald wir den Trevor haben. Oder auch im zehnten Part, Special Part, egal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal weitermachen wollen. Ich mach jetzt einfach mal weiter. Was piepst da immer so? Ich komm mal einfach nicht zu Silber. Ich komm mal einfach nicht zu Silber dran. Ah, oder? geklappt ja aber auch die Welt jetzt wird die Hälfte von der Maschine es ist der die Biko die Kreativität sie als sie nicht bezieht er die Größe b die Kreativität ich hätte Gold schaffen können ich hätte Gold schaffen können ich hätte Gold schaffen können egal, Silber Sackgut ich will auf Gold ich mache einfach nur die erste da da hätte man da auch schon silber das war so es ist hier die 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 Kassel war alle drei ist das nicht gut so wie hier noch die treibt der war für Kassel best schließen dann haben wir jetzt auch wieder Silber ich weiß nicht ob man dafür alles Gold braucht muss ich noch googeln wäre auch ein bisschen übertrieben für den ganzen scheiß Gold wieder bei Silber so so Oh. was ist Gold was ist Gold jetzt die die Zauberstunde die Stützer Stuttgart die Karibie hat Koffer das ist ja 3 3 und Brot das wäre es besser mit der zweite Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist doch... Doch, wir haben das geklopft. Wir haben Silber. Jetzt ist es doch... Hauptsache Silber als Prox. Tektir! Hey, wir wollen es doch doch selber! wenn ich jetzt über das schießt wurde es geht das hat es viel besser da wir sollen das kaufgewerke kaufen Alta Neile Nein! ich fall hier gleich los klappt gleich zusammen das kannst du mit Spaß haben auch da fängt sie an schick doch fick dich doch Tier, was soll ich hier jetzt machen? Ah, ich habe jetzt geräumt! Oh, eigentlich! Gold! Gut! Gold! Ah! Jetzt habe ich das Kopf gewöhnt! Ich habe 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 das Kopf gewöhnt! Oh nein! Wir hätten fast gebrochen! Alle Waffen mit einem Häkchen! Ich habe das jetzt los! Ich habe das Kopf gewöhnt! Ich habe das Kopf gewöhnt! Ja, Mann! Gold! 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 jetzt hätten wir auch die A-P-Pistole alle Sieg Pistole geil die welche wir vielleicht kaufen und den folgenden Parts welche wir die vielleicht kaufen die Siegert mit der Klinik der Silber mit der Klinik bei der Silber habt ihr das verschwunden ist die Pistole geil alle Fiktig hey alle 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 Wiesel aber ja alles will hier auch hier die hier die Schrotflinte da gibt es die Pop-Action Schrotflinte die abgesackte Schrotflinte die Sturbschrottflitte What the fuck Fuck Verkomme da nicht Was noch 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 Hauptsache Und Hauptsache Putz Mit Okay. Yabal. OK. I got it. No. So... 4 16 verflucht werden doch fünf Sekunden abgesehen das war nicht das ist los 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 auch Fakt gilt wird doch gut schaffen können Stil war das ist Ja, was? Ja, was? Was ist los? Nein, 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 nein. Warum? selber für die schriftlich am schwierigsten BACHENER BACHENER Oh, fick deine Butter! Mann! Kann ja nicht gehen, doch! Mach hin! Hopp! Ja, ich dachte, dass er so assidiert, das ist, dass man so steht, muss. Garth, war hier auch die zwei schon. Das braucht jeder noch die abgebildeten. Äh, Sturms. 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 Achso, die geht so. Achso. Das tut schon. Okay, wir holen. Wir haben hier schon ein paar Fehler. Wir haben die leichte Maschinengewehre. Darin ist die MG und die Gefechts-MG. Oh, ich will... Oh, ich will... Ey! Na wo? Oh! Anders krieg' gar keine Bunze Ich kann aufhören Fehlschlag Oh fuck ey! Ist das schwer! Oma! Oma! Geht doch! Mal! Hauptsache etwas! Hauptsache etwas! Was? Aber Was muss ich machen? Ah, sehr gut Äh Herausforderung 2 Oh nein! Oh nein! Die Einverarsche! Loom! Wie glaubst du das selber? Hauptsache etwas! So, ha ha, so don't die. So, 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 ha, so don't die. Okay. 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 So, ha, so don't die. So, ha, so don't die. So, ha, so. So, ha, so don't die. Übelst krass. Oh, wie geil. So, ha, so don't die. Wie krass. Wie krass. So, ha, so don't die. 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 Ich habe mir Brutzel leider. Alter. Das wäre alles. Die Pfeile. Die Pfeile. Die das heißt aber nicht richtig. Was noch mal die zwei. Unter die drei. Das war's. Das war's. Das war's. auch gut bitte wir machen zurück muss ich jetzt bei ein Koppel von mir hat die Xbox 360 auch bekommt geht ja fünf wie soll ich die Xbox aufbauen ja 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 Komm, wir schossen doch die, ist super. Jetzt habe ich auch alle drei gemacht, wie ich es wollte, können wir mal kurz in die Statistik rein gucken, was wir hier. Wir haben vier Prozent, gut. Vier Prozent haben wir jetzt von 1,5, haben wir jetzt vier Prozent bekommen. Das ist nur hier mein Fahrrad. Ja, ist schön, dass wir vier Prozent von 1,5 haben. Wie gesagt, morgen regelmäßig, wie immer, um vier, halb drei. Oh, fuck. Wie immer, morgen regelmäßig. Ach so, hier springt er. Wie immer, so um vier, halb drei. Dann beten wir, ähm, dann wieder mal, wie wir machen. Und heute kommt noch ein paar, keine Ahnung, wissen wir noch nicht, das weiß ich nicht. Aber, ja, das wär's das erste Gewissen für die Hundertprozent Checkliste. Und da steht schon das Motorrad. Und, also, vor Laba was uns geben wollte. Hallo? Und, ja! Ja! Geh jetzt rein. Und, und, und. Und, und. Wenn ich sage, wir machen mich im nächsten Part weiter. Mit den Freunde und Freaks mit mir die Fragezeitsch mission. Und ein paar Story mission. wird ich möchte doch gucken die spielte spielspiel hatte ja 4,6 Prozent aber die Bekaufsicht schießt sie wird und schrecklich hat jetzt bei schießen alles voll ich zeig jetzt kurz mit der Hand hier alles voll bei schießen wenn es euch gefallen hat bitte Daumen hoch wenn ich Daumen runter ich lade dieses Video hoch guckt mir weitere Prozent an was wir brauchen für die 100 Prozent und werde dann endgültig sagen das war es dann von mir wir sehen uns und ach der Briefkast geht doch kaputt wir sehen uns dann im nächsten Part ach ja vielleicht mit mir hier ist Wache bei der nein jetzt dann halt nicht mehr bei Tonja heißt sie da werden wir da das wird jetzt machen die Freude und Freaks und bei Michael Freude und Freaks k katholik k holger Klapp gestehen habe ich gezwungen zu. Ein Vollkrati. Ich habe den zwei geschlossen. Du, Idiot. Egal, Alter. Das war es dann. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss bis dann. Ciao und tschüss.